OLD UP Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary hier auf meinem Kanal. Ich habe hier heute mit dabei die Sini. Zuerst Leute, Sini-Sin-Sin-Sin ist auch mit am Start. Dann habe ich noch den Yeezy dabei. Geil. Und den Haptic habe ich natürlich im Rucksack dabei. Gamer Grip. Und ja, wir spielen hier heute 7, 6, 5. Wir spielen heute 7. Wir spielen hier gegen 4 im Livestream von Zini gerade. Und ja, mal sehen was hier so geht. Nichts. Alles klar, Sini. Oh, wo rennt ihr hin? Zumindest von meiner Seite aus nichts. Sorry Jungs. Wo rennt ihr hin? Yeezy hat kein Ballkopf-Stellung. Boah, die sind hier zu dritt. Oh, Yeezy Two-Peace, da sind noch zwei hinter den Steinen. Ab 1. Den anderen hole ich hier auch. Ich habe ihn angehittet. Nice. Okay. Bottom Red, Bottom Red. Die kommen Ramp, die kommen Ramp und Red. Einer ist Wildcard. Oben, Sniper. Einer ist Lambo. Lambo habe ich. Hab Streaks. Okay, nice. Ich deck hinten bei uns. Die kommen Red jetzt. Und Ramp wieder. Ramp habe ich. Bottom Red, Bottom Red. Der ist im Hill. Oh, oh. Habe ich. Habe ich, habe ich. Ah, Down, 1, 2, 3. Nee, die ist scheiße. Oh, shit. Zweistellung. Broken. Okay, ich bin Nächste. Die sind alle noch Alter. Die sind alle noch Alter. Ja, geht nicht so. Die haben keine Ahnung von Rotation. Machst du Anchor? Nice. Ja, ich habe Anchor. Ja, perfekt. Drohne. Und so. Ja, okay. Ja, gut. Wir spielen gegen Leute, die nicht gesuchtet haben. Hab ich mir schon gedacht. Ja, ich cut die mal kurz. Komm alle Zig-Zag und Red. Komm alle über Zig-Zag. Alle über Mitte. Also Leute, ne. Ihr müsst es jetzt hier nicht ernst nehmen. Wir machen es nur aus Spaß. Also Drohne ist auch in Ordnung. Ich call out uns. Eine Lambo. Da kommt noch einer hier. Ja, die werden vorne kommen. Die werden vorne kommen. Er kommt. Einfach um die Ecke gesgafften. Wieso spielt Shooter damit? Einer Pool One-Shot. Absolut. Hab wieder Streaks gedattelt. Er kommt open stairs. Ich muss raushauen. Ich muss raushauen. Er versucht mich zu tricksen. Er hat mich. Er ist One-Shot. One-Shot for Money. Oh Money, jemand noch? Der ist Money drin. Einer Anchor. Einer Anchorspot. Schön. Money hab ich. Schön, sehr schön. Ja, rotieren. Kitsen. Schön, perfekte. Ah, shit. Eins, zwei Streaks. Ja, rotieren. Wir haben die Spawns gleich. Ich hab einen. Ich rotiere, ich rotiere. Einer kommt über Lambo Mitte. Über Mitte kommen die. Ich rotiere. Keiner von denen rotiert. Einer Red. Hab ich. Ich bin Nächster. Ich bin Nächster Anchorspot. Einer vor Jim. Bluecar. Ähm, Headglitch. Ja, warte. Müsstest du bekommen mit der Re. Hab einen Hill. Es bringt nichts. Ich weiß nicht, ob es selber. Aber ihr habt den spawnen, ihr habt den spawnen. Deck der Jim. Ich hab den spawnen geholt. Oh, ich komm. Ja, die kommen Bluecar und Zigzag jetzt. Mach Pool. Wahrscheinlich auch einer. Boah, alle Pool. Alle Pool. Einer Jim. Einer Jim. Einer Jim. Der Rest ist Pool. Einer Bluecar. Pool, 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 Pool. Zwei Pool. Zwei Pool. Ich bin out spawned. Ich bin out spawned. Ich krieg ihn. Was ist das? Wieso hab ich 3 Bar? Ja. Erste 3 Bar im BOC. Zwei rechts. Zwei rechts bei Jim. Einer liegt unterm Auto. Einen hab ich. Ich geh nächste. Hab einen. Einer ist noch hinter dem einen Lambruch. Ja, geh nächste, Digga. Der nächste ist sehr weit entfernt. Wir müssen durchlaufen. Jim, Jim, Jim. Ich hab ihn. Ja. Hab's gesehen. Oh, er hat mich echt geowned. Er hat mich echt geowned. Er ist one shot bei Pool. Ich weiß zwar nicht, wie er mir gerückt hat, aber... Hab wieder Streaks. Ich kann ihn gleich frei bomben. Die pushen immer noch hier. Ich bombe frei die nächste, ja? Ja. Die rotieren über Pool. Ich mach frei. Echt jetzt? Ihr könnt rein. In 3, 2, 1, jetzt. Einer Kitchen. Einer Kitchen. Hab ihn. Pool hab ich. Okay, jetzt kommen wir Raid Side. Raid Side werden die gespawnt. Ja, ja. Mach Kitchen. Die Einer wird durch Kitchen kommen. Ja, ich hab hier noch eine zweite Waffe neu. Die kommen alle von oben. Alle oben. Alle oben. Ja, er hat mich. Wieder eins vertan. Ist der Overwatch? Ja, die sind alle oben. Ah, die sind Jungle. Die kommen Jungle Side. Guck Jungle. Guck Jungle. Guck Jungle. Ja, die sind da zu dritt. Die sind da zu dritt. Einer ist One Shot. Einer ist One Shot. Der ist am Tree. Oh mein Gott. Einer Open. Ach, da ist noch einer. Ja, Overwatch ist einer. Overwatch hab ich. Die nächste. No watch me Overwatch. Oh nein. Hast du jetzt nicht gesagt, oder? No watch me Pool Side. No watch me Red Side. Die kommen über Kitchen. Einen Kitchen ab. Und einer Open Stairs. Scaf? Ja, und einer Scaf. Kitchen, hier. Zwei Kitchen. Beide. Ich guck Open Stairs. Ja, schön. Ich guck Lambo. Ich guck mal kurz Zig Zag rein. Ich guck mal kurz Zig Zag rein. Ich guck mal kurz Zig Zag rein. Zini stirbt fast. Zini stirbt fast. Oh mein Gott. Zini stirbt fast. Es tut mir grad voll leid. Erst hustet sich und dann so. Erst mal husten, dann kotzen. Easy. Nein, nein, nein. Keiner geht da um. Nicht im Stream. Also später ist kotzen. Nein, nein. Stimmt. Nein, nein. Stimmt. Ich war in ihm drin. Ich war in ihm drin. Oh no homo Zini. Nice. Mit meinem Wasser. Oh, guck auf it's stairs. Nice. Zini war aber in die. Jetzt Kitchen, jetzt. Jetzt. Gleich kommt einer Kitchen. Oh, Open hab ich. Nice. Scaf? Hab den Kitchen. Jami, ich wollte dich grad echt fragen. Ja, einer in Red. Einer in Red. Aber du kommst aus Hannover. 662. Ich geb ihm Walbing. Ja. Ja mein Gott. Was wolltest du fragen Zini? Ich hab vergessen, dass du aus Hannover kommst. Wollte dich eigentlich fragen, ob du aus der Nähe von Bayern kommst. Oh mein Gott. Achso. Ja, ja. Seht ihr Leute? Zini fragt nach nem Date. Das wird der Titel sein. No homo. Nein, nein, nein. Ja, ey. Weil ihr wohnen nah beieinander, oder? Ja, schon, oder? Bayern, Hannover ist schon ziemlich nah, würde ich sagen. Ja, klar. Ich bin ein Berliner. Ich hab keine Ahnung von der deutschen Landkarte. Oh mein Gott, ich bin sogar übertrieben. Bayern liegt doch an der Nordsee, oder? Ja, klar. Bayern liegt doch an der Nordsee, oder? Bayern liegt oben bei Schweden. Aber Schweden ist doch gar nicht oben, sondern oben. Komm, Leute. Dreim hee, dreim hee. Ja, ich break die jetzt. Oh mein Gott. Moment. Fein. Einer ist oben erst. Ja, ja. Und eine Ramp, eine Ramp. Ich schock nur noch, Alter. Was ist los? Jem hat 14 Verteidigung. Ja, hey. Ja, ich mach ein bisschen OBJ. Lass das nächste gehen. Einer rotiert von den. Einer wird Kitchen sein. Gleich da ist er. Happy? Noch einer da? Der war tatsächlich die Overwatch. Er ist bei... Ja, ja. Kommt da. Hab ihn. Perfekt. Noch einer oben. Noch einer. Okay, den hole ich. Den hole ich. Der ist in Jungle, absolut. In Jungle. One Shot, absolut. Wichtiger Kill. Sehr schön. Nein, von hinten Kitchen. Ah, shit. Oh mein Gott. Einer kommt über Money. Oh. Money, Money, Money. Je nach nur Money. Nein, der ist One Shot. Oh, zwei kommen hinten rein. Einer ist voll. Ey, es ist unmöglich. Warum choke ich grad? Kommt jetzt rein, jetzt rein. Ja, jetzt ist unser Break. Die haben keine Chance jetzt. Komm, ihr seid jetzt dritt durch Kitchen. Das müsst ihr haben. Ja. Ja, ähm. Ey, was ist denn mit mir los? 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 Nein, er ist Overwatch. Ey, lass nächste karten. Kann einer der nächste gehen? Oh, Toni, du fuckst mich ab. Oh, Toni, du fuckst mich ab. Crossmaps. Oh, beide mit der Scorpion. Nice, 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 nice. Was hab ich denn greifen? Ey, hey. Ich hab sie so, so low geschossen, ne? Ja, hab's gemerkt. Die kommen jetzt über Pole, die kommen über Pole. Ich cut die direkt hier. Ja, hier ist er. Hab ihn. Ich bin zigzag, ich bin zigzag. Pull den anderen auch noch. Ah, er wusste, dass ich hier... Oh, stimmt, bitte nicht. Habt ihr einen gecuttet? Die kommen Pole. Ja, die kommen alle Pole. Einer wird gleich Gym pushen. Trotzdem, du hast Gym, perfekt. Alter, wie wir schwitzen. Ja, man, so muss das, Digga. Bewegt sich was! Einer Gym. Hab ihn. Noch einer vor Gym. 2 Gym, 2 Gym. Der ist one shot, one shot einer drin. Der andere ist absolut. Einer, einer red one shot. Da sind... Die kommen alle Gym, alle. Alle vier, alle vier. Du, die von hinten. Einen hab ich. Ja, einer steht outside. Hab beide. Den letzten hole ich hier auch. Chill. Schön. Nice, Zini. Schöner Kick. Einer kommt Pole. Ja. Nice, Zini. Let's go. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deines Lebens kassiert fast. Er ist red. Einer's Pool? Komm voll, die können wir aber blue count. Red. Ja, hier. Oh, Einer's Pillars. Oh mein Gott. Wie er mir gibt, Alter. Was ist da los? Ich bin echt bei denen gerade. Kann spannend werden. Sehr schön. Ja, deswegen. Ich gucke Overwatch. Einer's Money. Oh, Einer. Ja. Kitschen, Kitschen, Kitschen. Scheiße. Loli Kitschen. Einer ist noch hier. Einer ist noch hier. Hab ihn. Nice, Cem. Komm ins Rein da. Boah. Ich komm von oben. Mach weiter, mach weiter. Ich lenke die ab. Nice, 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 nice. Hab beide Serien kannst raus. Das Ziel ist fast definitiv. Ich gucke Pool, ich gucke Pool. Kitschen ist noch einer, glaube ich. Drei Pool, drei Pool. Habe einen. Einer in Money. Hab ihn. Digga, wie. Einer ist noch hier. Einer ist noch im Kitschen. Er kommt hinten. Einer kommt Tiki. Tiki Bar. Oh, das waren drei Stück. Ja, ja. Okay, komm. Die müssen jetzt schon nächste rein. Ja, ja. Wir müssen Kitschen cutten. Ganz wichtig. Oh mein Gott. Oh. Ah, da sind noch zwei Kitschen. Einer absolut von denen. Oh mein, mein Struggle Aim gerade. Noch hier die Skarscheide. Oh, wie die rumspringen. Ey, Shooter. Ne, der soll seinen Skaff verkaufen. Cut Kitchen weiter. Noch einer, noch einer open. Loil. S-Mine. Warum spiel ich überhaupt mit S-Mine? Oh mein Gott. 50 Bomb. Oh, das ist gut. Oh, das ist nett. Oh, das ist nett. Oh, das ist nett. Schaut auf jeden Fall auf den Channels vorbei. Einmal bei Zini und bei Haptic Rush. Hezi, hast du einen Channel? Nein, ne? Ja, hab ich. Mein Link über Sini's Link. Alles klar, das war der Kursi-Wordel auf jeden Fall. Deswegen ist Haptic Rush schon mal ganz oben, weil er der Kleinste ist. Also haut rein und check dich. Ich schicke euch allen irgendwann das mit Gerv. Ich glaube, ich bin die Kleinste. So Sini, du kriegst das Schlusswort? Gerv. Ich will oben sein. Alles klar, haut rein.